Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liebt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabschreuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und mit der Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Und die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Gutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschine. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu leben. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu. Ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenkatzen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter. Ihr seid keine Tiere. Ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wenn nicht geliebt wird, hast. Nur wenn nicht geliebt wird. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei. Kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Er ist nie Gott lieb in euch allen. Und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu verplizieren, aber auch die Macht, Brück zu spenden. Ihr als Volk habt, ihr seht daran, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbaren Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie. Lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt. Für eine anständige Welt. Jedermann gleiche Chancen gibt. Die der Jugend eine Zukunft und den alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das Lohn. Deshalb kommt sie die Macht angreifen. Das war Rüge wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll fast wahr sein. Lasst uns diese Ketten sprengen. Lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit. In der die Vernunft siegt. In der Brutsche und Wissenschaft uns allen zum Segen gereicht. Kameraden, im Namen der Demokratie. Dafür lasst uns steigen. Ho, ho, ho. Liebe Leute, liebes New Festival, wir als Künstler sind nochmal gebeten worden vom Veranstalter, kurz ein paar Worte zu sagen zu dem Vorfall im Burgenland, bei dem 59 Männer und acht Frauen und vier Kinder erstickt sind vor zwei Tagen. Und ehrlich gesagt, mir fällt nicht viel ein, was man dazu sagen kann, außer, dass sowas nie wieder passieren darf. Ich habe mich heute Morgen auch gefragt, wie kann man jetzt auf ein Festival gehen und einfach so weitermachen und so tun, als wäre nichts und einfach feiern. Und ehrlich gesagt, ich glaube, da rede ich für alle hier, die das hier aufgebaut haben und die hier spielen müssen und draußen sind. Man kann nicht einfach so weitermachen. Und deswegen möchten wir jetzt eine Minute lang den Angehörigen und den Familien von den 59 Männern, den acht Frauen und den vier Kindern gedenken, die unter unserer Mitte gestorben sind und bitte mit dem Gedanken, lass uns das nie wieder passieren lassen. Right? Dankeschön. Applaus 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR